hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge Minecraft Shattered World ich hatte gerade ein bisschen probleme deswegen musste ich leider die aufnahme neu starten aber es ist ja nicht ganz so schlimm so ich wollte Appetit hier rausnehmen und dann hier mal nehmen wir mal die 27 da haben wir den Tisch da können wir nämlich hier direkt mal eben noch drei Box auf Appetit bauen hier noch die Obsolots rum die ja ich weiß nicht aus welchem Grund hier überspauen so und hier werde ich das Feld nicht weiter bauen sondern hier und ich habe mir gerade überlegt eigentlich ist es cleverer wenn ich mir hier dann den Weg runter baue und wenn ich dann eine Fackel dabei hätte weil ansonsten können hier ja Sachen spawnen auch hier ja auch das macht dann also nichts gut jetzt noch einen nach links und dann machen wir hier von ihr aus gesehene 3x3 Flächen frei ähm dem 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 deciment wahrscheinlich sinnvoller so das müsste jetzt alles eigentlich 1 2 3 perfekt hier drunter sein dann können wir nämlich hier und dann jetzt anfangen die Appetite-Blocks... so die Appetite-Blocks drunter zu setzen. Dann werde ich noch einen nach hier gehen, um wirklich unter den Appetite-Blocks laufen zu können. So, dann dürfen wir jetzt mal eben ins Bett. So, Dennis Mann 1, 2, 3, was Puzzled by, spielt man, keine Ahnung, ist mir egal. So, und dann werde ich aufpflanzen. Umsetzen nach hier. Ähm, okay, Moment, selber hat es gleich wieder. Sehr schön. So, ähm, so, dann brauche ich einmal hier die Seeds und einmal hier die Seeds. So, die Feranium werden jetzt nicht wachsen, weil kein Appetite drunter ist. So, das werden wir jetzt ändern, indem wir jetzt hier erstmal das Appetite abbauen und das da drüben gleich drunter setzen. So, und dann müssen wir jetzt halt gucken, dass wir Appetite zusammenkriegen. Ähm, also genug Appetite. Und äh, aber das wollte ja machbar sein. Ich muss gleich dran denken, hier alles zuzumachen wieder. Entsprechend erstmal hier die Feimflöcke, Blocks of Appetite brauche ich noch. So, hier kommt Cobblestone hin, da drüber kommt das, äh, bzw. Dirt. Und schon das Schilder. Sehr gut. Ähm, so, das muss dann natürlich auch hier weg. Hat hier ja nichts mehr verloren. Das gehört nämlich dann da hinten rüber. Oh. Zwei nur. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Drei. Okay. Mehr haben wir nicht. Das ist doof. Da liegt noch einer. Hier ist keiner drin gelandet, oder? Vier. Ich verstehe, dass das nicht reicht, um das hier rüber zu gehen. Mit der Leitung. Eins, zwei. Ne, absolut nicht. Drei. Drei. Vier. Aber die kosten ja fast nichts. Ich habe eventuell noch ein bisschen. Wooden. Die für die Gärchen Schöne einfach mit den Blöcken, also mit den Planks. Ähm. Das müsste jetzt reichen, hoffe ich. 60 Stück sollten reichen und dann werden wir später unsere Felder natürlich ausbauen. So, jetzt stelle ich mich hier hin und dann ist das der Block über mir. Perfekt, weil der kriegt dann direkt den Sprinkler verpasst. So, jetzt müssten die Redstodendrons seeds schneller wachsen. Ähm, gut, ich hätte gern bitte nochmal 18 Appetite. Aber bevor ich die zusammen habe, dauert noch einen Moment. Ähm, der hier brennt, genau. Wenn ich jetzt mal eben kurz gucke, die Oxedic Capacitator kosten nur Gloucester und Hybrid Alloy und da ist genau der Haken. Das habe ich nämlich nicht. Ähm, weil ich keine Ender-PL habe. Also nicht genug für richtig. Habe ich überhaupt welche? Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß leider noch nicht, wie man am dürfsten und simpelsten hier in dem Game an Ender-PL rankommt. Ähm, weil die Ender-Purls, die kann man ja aus den Endriller-Seeds kriegen, aber die kann ich nicht einfach kaufen. Äh, Ender-Purl-Powder kann ich nicht herstellen. Ender-Crystal-Container kann ich sowieso nicht herstellen. Zum Beispiel Dating Mesh müsste ich mich mit Bienen beschäftigen. Äh, ansonsten Ghast Tears. Ghast Tears. Kriege ich die irgendwie? Die kriege ich aus Soul Sand. Oder von Ghast. Okay, das heißt, da bräuchte ich dann entsprechend auch ein bisschen noch Botania. Ich gucke aber eben, warte mal, ob ich irgendwo eine Ender-Perele oder zwei schon rumfliegen habe. Nein. Gut. Schade. Ähm, ist egal. So. Ähm. Ähm, ich nehme mir nochmal ein Stack Gravel mit. Weil ich die Hoffnung habe, dann ein bisschen mehr Appetit noch hier rausholen zu können. Wenn ich hier ein bisschen noch mit von Hand durchsiebe. Hier sind schon wieder zwei drin. Fehlen nur noch, äh, 16. Yay. Okay. Ich brauche gleich auch noch mal was zu trinken, aber das machen wir nach der Folge. Und ja. Das Problem ist nämlich, dass dadurch, dass ich auf mein, äh, dass ich das, dass ich umgezogen bin auf das Ryzen System, ähm, habe ich kein vernünftiges Videoschnittprogramm mehr. Was in vernünftiger Qualität ausgeben kann. Ähm. Ähm. Weil den PowerDirecter 13, den ich vorher benutzt habe, wenn man den wieder versucht zu bekommen, dann, äh, geht das nicht. Und, äh, da ich vorher damit h264 codieren konnte, ähm, und das jetzt nicht mehr geht, kann ich halt keine Videos mehr wirklich vernünftig rendern. So, Moment, zwei hatte ich noch, das heißt 14. Ich habe schon eins reingekriegt, also sind wir bei 13. Ich gucke mir eben hier. 13. Die auch mal mit. So, jetzt wissen wir es genau. Fehlen noch 13. Genau. Sehr schön. Also wir sammeln jetzt das Apathit, um halt, äh, Glöcke herzustellen, um sie da hinten auf dem Feld zu verwenden. Und damit dann quasi die ganzen Rohstoffblumen, die ich, die man machen kann, herzustellen. Also mir geht es dann vor allen Dingen um die, die neuen Metalle. Und, ähm, ja, darum geht es mir hauptsächlich. Und halt dann noch Redstone oder so. Und da wäre es schon schön, wenn wir dann am Ende quasi dieses 3x3 Feld komplett voll hätten mit Apathit. Und dann noch einmal zusätzlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das zügigst hinkriegen, ist gering, weil wir halt hier die ganze Zeit stehen müssen und sieben müssen. Ähm, was jetzt nicht so wahrscheinlich in eurem Sinne ist. Das ist auch nicht in meinem Sinne. Ähm, der hier lädt sich langsam auf mit 20 RF. Deswegen kriegt der nur 20. Moment, erinnern wir doch mal eben den maximalen Input. Äh, reduzieren den auf 10 RF, dann kriegt der hier nämlich 30 RF. Und dann geht das bei uns alles etwas schneller. Ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass das natürlich ein Problem sein kann. Äh, okay. Natürlich hätte ich auch sagen können, hey, der nimmt da überhaupt keinen Strom mehr an. Die, die, der Speicher. Aber das macht keinen Sinn, weil wenn dann mal der, das Sieb, ein Sieb unten durch ist und ich das nie mitbekomme. Und dann, äh, das Sieb auch vollgelaufen ist mit Strom. Dann kann ich den Strom wunderbar, ähm, in dem, in der, in der Speicherzelle speichern. Die kann, die habe ich zwar nicht an dem Sieb angeschlossen, noch nicht. Ja, immer ganz wichtig, noch nicht. Weil ich bis jetzt noch keine Stromkabel habe. Aber sobald ich die Stromkabel habe, werde ich die auch entsprechend anschließen. Da muss da hinten halt die Wand ein Stück raus. Aber das macht ja nichts. Vor allem da hier auf der, auf den, auf den Spielerwelten jeweils, ähm, keine, keine groß gefährlichen Monster Akte irgendwie groß unterwegs sind. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Zehn Appetit haben wir. Also machen wir uns einen Block. Das eine Appetit kommt hier rein. Den Rest an, gedöns, packen wir weg. Und da müssen wir halt noch, ancient spores finden. Bei uns irgendwo in den Kisten. Und die dann mal irgendwo auf Dirt setzen. Und dann da ein Barrel drauf, das mit Wasser versorgt wird. Ähm, und dann halt mal ein bisschen Sulfent herstellen. Das könnte sich nämlich meiner Meinung nach sehr lohnen. So. Die gehen jetzt aber erstmal nach Hause und gehen pennen. So. Ich bin auch nicht die Bedneid. Okay. Dann setzen wir eben den einen Block noch hinten drunter. Nicht da hin. Ähm. Danke. Da hin. So. Das haben wir dann jetzt auch. Okay. Also ich hatte natürlich auch mal gesagt, ich wolle die, äh, Forestry Baumfarm bauen. So. Da ich aber momentan keine Probleme mit Holz habe, habe ich gedacht, hm, lohnt sich nicht. Kann ich besser erstmal auf Rohstoffe gehen. So. So. Und jetzt werden wir auch ein bisschen was auf Rohstoffe gehen. Weil wir werden jetzt hier mal ein bisschen von unseren Herzen durcharbeiten. in der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen Zeug raus bekommen. So. Die Sachen werden alle zusammengecraftet. Und dann landen die Puppeln unten drin. Jedenfalls die, die übrig bleiben. So. Da haben wir dann das Eisen. Broken Tin. Also wir werden, das ist jetzt einfach nur, weil wir es können, dann machen wir das jetzt zwischendurch mal. Und, äh, um halt die Ressourcen ein bisschen zu verarbeiten. Copper. So. Dann haben wir jetzt Silver. Platinum. Broken Nickel. Broken Iron. Das war falsch. Das gehört da hin. Tin. Gold. Lead. Broken Aluminium. So. Das einmal nach da hinten. Und die werden wir jetzt hier draußen irgendwo hinsetzen. Und dann halt hier gleich mit dem Hammer eben durcharbeiten. Und, äh, ja, das geht dann gleich ganz zügig. Dank Renminer. Oh. Da war dann der Hammer kaputt. Ah, das macht nichts. Wir nehmen einfach den Diamantenhammer, den wir haben. so. 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 Windstorm. Death from a Bomb. Windstorm ist mir egal. Der ist maximal sehr laut. Aber das macht ja nichts. So. Dann werden wir jetzt hier überall die Crushed Sachen noch rausnehmen. Und dann entsprechend halt zusammen craften. Und je nachdem bleibt halt nichts übrig. Was ja nichts Schlimmes. So. Geh eben noch hier hin. Dann das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Dann haben wir gleich alles fertig. Dann haben wir gleich alles fertig. Und dann sind wir durch. So. Wir haben jetzt Tin. Nickel. Aluminium. Lead. Oder Lead. Ist mir doch egal. Aluminium. Moment. Copper. Aluminium. Ähm. Das ist Silver. Platinum. Silver. Das war's. Dann nehmen wir uns jetzt hier die ganzen Dusts. Beziehungsweise Powder heißt es dann ja. Mit. Und. Setzen den ganzen Kack wieder hin. Und arbeiten uns da gleich wieder durch. Okay. Jetzt haben wir keinen in den Sound. Ich hätte mit sowas gerechnet. So. Dann das. 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 Und das. So. Einmal hier durch. So. Jetzt haben wir einiges zusammen. Und das setzen wir jetzt auch wieder alles zusammen. Und das packen wir dann auch hier entsprechend in die. Deutsch. Dann rein. Powdered Gold. Gold. Und immer wenn wir jetzt was brauchen demnächst. brauchen wir dann nur noch hier hin laufen. Können uns ein paar Äh. Äh. Erze rausnehmen. Ähm. Finde ich halt ganz angenehm wenn man sowas immer ein bisschen da hat. Alternativ kann man es auch natürlich direkt. Durch schmelzen. Ähm. Und dann halt sagen. Und dann halt sagen. Hey. Wenn ich irgendwas brauche. Dann brauche ich nicht mehr hier runter laufen. Sondern hab's direkt fertig oben liegen. Aber. Sehe ich aktuell noch keinen Sinn drin. Weil es ist zu viel Arbeit. Und würde so viel Lava verschwenden. Die wir nicht unbedingt haben. Bin ich der Meinung. So. Einmal kurz räuspern. Und dann heißt es auch schon. Ich hab's lieb. Ihr mich hoffentlich auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten dürft ihr auch einen Daumen nach unten da lassen. Schreibt mir dann vielleicht in den Kommentaren warum es euch nicht gefallen hat. Damit ich es vielleicht verbessern kann. Ansonsten dürft ihr natürlich immer gerne Kommentare schreiben. Abo dalassen ist erwünscht. Bringt mir nämlich nachher auf Dauer ein paar Vorteile. Ansonsten. Rastos ist raus. Tschöö.